Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut, trotz der angenehmen Frische. Das führt dazu, dass wir nicht so welk werden. Wenn man Salat zu viel in Wärme packt, ist das nicht so gut, deswegen hilft uns das. Ich habe auf einer Nachrichtenseite folgende Geschichte gehört. Auf einer Geburtstagsparty in vornehmer Gesellschaft prahlt die Dame des Hauses mit folgendem Satz. Wissen Sie, schließlich können wir unseren Familien Stammbaum bis auf Kaiser Barbarossa zurückverfolgen. Dann dreht sie sich zu ihrer Nachbarin und sagt, und Sie, wie alt ist Ihre Familie? Und die Frau antwortet, kann ich beim besten Willen nicht sagen, meine Liebe. Die Unterlagen sind bei der Sintflut verloren gegangen. Also keine Ahnung, ob du einen langen Stammbaum hast, ob sie adelig waren oder nicht adelig waren. Auf jeden Fall in Gottes Augen bist du total wertvoll und geliebt und wir freuen uns, dass du da bist und wir wollen miteinander einen starken Gottesdienst haben in diesem Bewusstsein, dass wir in den Augen Gottes unschätzbar sind. Und das ist unglaublich wichtig, dass wir uns das immer wieder neu vergegenwärtigen. Weil jeder von uns erlebt Situationen, wo er sagt, hey, die habe ich mir nicht gewünscht. Die habe ich mir nicht gesucht und trotzdem sind sie gekommen. Manchmal fragst du dich gerade bei den Dingen, die du eigentlich gut gemeint hast und die dann irgendwie ganz blöd rauskommen. Was ist eigentlich los? Gott, wo bist du? Ich versuche gerade was Gutes zu machen und du spielst irgendwie nicht mit. Ich habe meinen Freund Hans-Werner besucht und er erzählt mir von seiner letzten Reise. Er ist der Typ, der nach Rumänien geht und dann LKWs chartert und ganz viele so Schuhkartons sammelt, wo dann irgendwelche Leute ein paar Utensilien reinpacken, damit den Kindern in der Not geholfen wird. Und er war mit fünf dieser LKWs unterwegs und sie steckten in den Karpaten. Und mit Mal, es neigte sich langsam der Abend, kommt Blitzeis und sie stecken mitten im Gebirge und kommen nicht weiter. Parken die LKWs gerade noch so ein bisschen an diesem Seitenstreifen und er sagt, ich sitze im ersten Auto und ich weiß, wir haben eigentlich einen Termin und eigentlich warten die Leute auf uns und eigentlich sind da ein paar Kinderheime, die auch bedient und beliefert werden sollen und ich stehe da in dieser Eiseskälte und wir merken, wir kommen weder vorwärts noch rückwärts. Wir sind einfach blockiert. Und dann erzählte die Geschichte, sie sind noch nicht ganz zu Ende mit diesem Gedanken, da kommt ein Auto von oben runter geschossen vom Berg, die haben ganz offensichtlich die Fahrverhältnisse nicht gut eingeschätzt und bevor sie irgendwas machen können, hupen können irgendwas, rast das Auto raus aus der Spur, knallt hinten gegen den zweiten LKW, dreht sich einmal und kracht vorne in den dritten LKW ein, rein und bleibt total schaden. Das Auto, die beiden LKWs total demoliert, es braucht fünf Stunden in der Kälte, bis die Polizei endlich da ist und dann die ganze Geschichte vorangehen kann und sie wissen genau, ey, jetzt sind wir blockiert für die nächsten Tage. Und er sagt, ich sitze vorne im LKW und denke, Gott, was ist eigentlich mit dir los? Wir reißen uns in Deutschland das Hinterteil ab, dass wir überhaupt diese Kartons zusammenbringen für die Kinder, dann organisieren wir die LKWs, dann packen wir unglaublich Gelder rein, um das ganze Projekt überhaupt in Gang zu kriegen und dann sitzen wir jetzt hier in den Bergen und kommen mit dem ganzen Kram nicht weiter, weil du offensichtlich nicht darauf aufpassen kannst, dass wir irgendwie gerade auskommen. Verstehst du irgendwie, worum es geht? Kennst du dich an so Situationen in deinem Leben erinnern, wo du sagst, Gott, ich versuche gerade alles irgendwie richtig zu machen und es klappt einfach nicht? Und egal, was ich probiere, es scheint, als wenn ich die Seuche am Finger habe. Und dir geht es vielleicht so, wie ein Mann in der Bibel, der heißt Hiob, der hat einen relativ depressiven Vers von sich gegeben, der steht im 19. Kapitel, da sagt er, auf meinen Weg legt Gott ganz offensichtlich Finsternis. Hat das irgendeiner von euch auch schon mal so empfunden? Herzlichen Glückwunsch, du bist nicht alleine. Das scheint irgendwie eine Erfahrung zu sein, an der keiner von uns vorbeikommt. Und du stehst da und sagst, hey, ich habe immer gedacht, also spätestens, wenn ich Christ werde, dann wird Gott so eine Special-Glocke um mich legen und so an all den furchtbaren Dingen werde ich immer so vorbeikommen. Ätschi, bätschi, hast gemerkt, dass das nicht funktioniert, stimmt's? Und du denkst dir, hey, warum? Gott, du hättest das doch auch anders machen können, oder? Ich will dich mitnehmen zu einem Mann, das ist mein Predigtext für heute Morgen in 1. Mose 37. Kapitel, der Mann heißt Josef und der startet wie Phönix aus der Asche. Das ist ein junger Kerl und dieser junge Kerl hat Träume, hat Visionen, hat Eingaben von Gott und Gott sagt zu ihm, du wirst der absolute Burner. Mit dir beginnt ein ganz neues Zeitalter. Du wirst Erfolg haben, egal was du machst. Du wirst reingehen und alle werden sich vor dir verneigen und du hast die mega Zukunft, mein Freund. Also ich glaube, wenn Gott das zu mir gesagt hätte, hätte ich gewusst, stimmt, Herr, du hast den richtigen ausgesucht. Habe ich immer schon gewusst. Ja, so ähnlich ging dem das wahrscheinlich auch. Und jetzt hast du auch noch einen Papa, der total auf der Linie mitfährt. Der macht sogar einen super farbigen Mantel für ihn und er ist der Favorit. Das ist schon von außen zu sehen. Während in der Wüste alle mit so grau-braunen, erdgebundenen Tönen rumlaufen, ja, sieht er aus wie der Papagei. Man sieht ihn schon von Weitem. Er ist der Held. Er ist Papas Special. Super, oder? Hey, da geht's dir gut, stimmt's? Die anderen Brüder sind auch da. Aber ich bin was Besonderes. Das ist die typische Frage, die Kinder immer stellen, oder? Was sagen Kinder immer? Mama, wen hast du? Am liebsten. Stimmt, sondern stehst du als Vater da und denkst im Stillen, eigentlich meine Frau, aber das darfst du natürlich jetzt auch nicht sagen, ja. So, jetzt musst du dir irgendwas ausdenken. Lügen willst du nicht, weil du willst ja auch nicht in der Hölle landen, also musst du jetzt irgendwas machen, was clever ist. Und was tust du? Heute dich. Irgendeine salomonische Antwort musst du dir ausdenken. Irgendwas musst du machen. Aber hier, der Typ war weder salomonisch noch war der clever, der Vater. Der macht ganz offensichtlich, also Josef, das ist mein Supersohn. Und alle anderen sind auch irgendwie nett und dürfen auch die Drecksarbeit machen, aber hier ist mein Spezialsohn. Erziehungstechnisch nicht besonders ausgereift und clever. Und Josef dachte, ja, auf mir ruht der Segen Gottes, auf mir ruht der Segen meines Vaters, mein eigener Stolz ist auch ziemlich groß, das Leben kann beginnen. Hast du dir gedacht? Er ist in einer guten Mission unterwegs, er soll seinen Brüdern was vorbeibringen. Und er denkt, die Welt ist wirklich klasse, die Sonne scheint, alles ist gut. Die Brüder sehen ihn nur von Weitem und haben einen Plan. Diesen eitlen Gockel, den werden wir uns ganz schnell vom Leib schaffen. Und sie kommen auf eine Riesenidee. Wir packen den einfach in die Grube, in eine Zisterne, ausgetrocknetes Wasserbehältnis. Da stecken wir den Kerl rein, machen den Deckel oben zu und lassen ihn einfach da, bis die Knochen gebleicht sind. Fertig. Dann haben wir ihn los, dem Vater erzählen wir irgendeine Geschichte. Und von jetzt auf sofort, eben warst du noch da, wo das pralle Leben tobte, kommst du in die Grube des Todes, in die Zisterne der Hoffnungslosigkeit. Ganz tief in dieses Loch der Depression. Und du fragst dich, was um alles in der Welt passiert hier gerade? Gott, ich war eben noch da, wo die Freude war und ich sitze in dem Loch und ich weiß überhaupt nicht, wie ich rauskomme. Und mir ist eine Sache klar, wenn ich jetzt aus dem Loch nicht schnellstens rauskomme, irgendwann brauche ich mich nicht mehr anstrengen, dann ist sowieso alles fertig. Weil er merkt, nachdem er probiert, mit allen Möglichkeiten seiner Kraft da irgendwie wieder rauszukommen, das kannst du lassen. Da kommst du aus eigener Stärke nicht raus. Und du fragst dich im Stillen, Gott, was ist mit dir los? Wieso sitze ich da drinnen? Warum trifft mich dieses Loch der Schwermütigkeit? Warum trifft mich diese Grube der Krankheit? Warum trifft mich diese Grube in meiner Ehe, in meiner Familie, wo ich plötzlich in dieser Dunkelheit stecke und keine Ahnung habe, wie ich da reingekommen bin, aber noch weniger, wie ich da wieder rauskomme? Leute, weiß einer, worüber ich rede heute Morgen? Die Frage ist doch, Gott, hast du irgendwie einen Plan? Was machst du da? Und plötzlich werden wir uns daran erinnert, dass immer dann, wenn so dunkle Phasen in unserem Leben kommen, wir einen Grundreflex in uns tragen. Wenn ich mit meinen kleinen Rangern eine Nachtwanderung gemacht habe, dann konnten sie den ganzen Tag total aufgedreht sein und überall rumspringen, wenn es plötzlich ganz dunkel wird und alle möglichen komischen Geräusche im Wald zu hören sind und möglichst einer der Leiter vorher noch irgendwie so einen Ansatz von Gruselgeschichte erzählt hat. Was passiert, während wir miteinander fröhlich durchs Unterholz schleichen? Ich kann gar nicht genug Finger haben plötzlich, weil jeder will mich mit dem Mal festhalten und du staunst. Selbst die wilden Kerle finden das plötzlich nett, so relativ dicht an deinem Bein zu kleben. Warum? Was haben wir begriffen? Wenn es dunkel wird, dann musst du die Nähe von Papa suchen. Liebe Freunde, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum Gott uns durch so dunkle Phasen durchgehen lässt, ohne sie von vornherein gleich auszublenden. Wenn du gerade durch so eine dunkle Phase gehst, glaube ich, hat Gott ein Wort für dich heute Morgen, das in Jesaja 50 Vers 10 steht. Da sagt das Wort Gottes, wer in Finsternis hineingeht und wem kein Lichtglanz mehr scheint, der vertraue auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Diese Aussage ist sehr klar und sehr deutlich. Sie redet darüber, dass es tatsächlich Phasen gibt, wo wir durch das Dunkle gehen. Aber nicht, um resignativ die Dunkelheit als unseren neuen Lebenszustand zu ertragen, sondern zu begreifen, hier lehrt Gott mich eine ganz, ganz tiefe, heilsame Lektion, nämlich ganz dicht an sein Herz ranzukommen. Ein ganz neues Vertrauensverhältnis aufzubauen in dem Bewusstsein, Gott hat sich nicht verabschiedet. Er ist derselbe Gott oben auf der Bergeshöhe wie im Tal. Er ist derselbe Gott mitten im Sonnenschein wie im Dunkeln. Er ändert sein Wesen nicht. Seine Liebe und seine Treue zu uns ist untrennbar mit seinem Wesen der Liebe und der Gnade verbunden. Und deshalb lernen wir in diesem Psalm 23 auch diese Passage, wo Gott ganz persönlich wird von dem, der Herr ist mein Herde, er irgendwo ganz groß. Im dunklen Tal heißt es plötzlich und ob ich schon wanderte, im finsteren Tal fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Da wird Gott ganz persönlich. Da wird er das, was im Hebräischen Immanuel heißt. Das bedeutet auf Deutsch, Gott ist mit dir, mit uns. Er wird persönlich. Gott erklärt uns nicht immer, warum Sachen laufen, wie sie laufen, aber er entzieht uns nie seine Gegenwart. Gott ist immer bei dir. Das ist auch keine Frage von Gefühl. Gefühle sind ständig abhängig von irgendwas, sondern Wahrheit ist abhängig von der Quelle, nämlich von Gott selber. Und manchmal, tatsächlich Mutter Teresa hat das so clever gesagt, sie hat gesagt, du wirst nie erfahren, dass Jesus alles ist, was du brauchst, bis du nichts mehr außer Jesus hast. Das ist eine tiefe Erkenntnis, oder? Denk mal drüber nach. Wir sagen das manchmal in so Lobpreisliedern, Gott, du bist alles für mich. Und dann singen wir das, weil wir wissen, unser Gehalt funktioniert gut, unsere Rente ist gesichert, unsere Kinder lieben uns, unser Ehepartner ist noch da. Ja, alles ist super. Aber wenn das plötzlich alles ins Wanken und ins Trudeln gerät und du dich noch nicht mal auf dich selber verlassen kannst, da merkst du plötzlich, ist das tatsächlich innere Herzens- und Glaubenssubstanz oder ist es einfach nur ein frommer Spruch? Und Gott lässt diese Phase tatsächlich in unserem Leben zu, wo wir wieder ganz neu und ganz dicht an ihn rangehen und sagen, Gott, ich muss dich einfach spüren. Ich will bei dir sein. Ich will die Zeit mit dir anfangen zu genießen und auszukaufen. In diesen dunklen Phasen, wenn dein Verstand dir signalisiert, wir gehen am besten gar nicht weiter, da kommt der Glaube ins Spiel, der sagt, lass uns doch mal auf dem Wasser laufen. Und das ist immer die Herausforderung, in der wir stehen. Auf welche Seite werde ich meinen Glauben verlagern? Auf meine eigene oder auf Gottes Seite? Wem will ich am Ende mein Vertrauen schenken? Und wir merken plötzlich, es liegt ein riesen Geheimnis darin, in diese Dunkelheit hineinzugehen mit dem Bewusstsein, Gott ist bei mir. Die meisten Leute, die irgendwann mal in so einem Bergwerk waren, wissen, man hat ja Bergwerke nicht umsonst gebaut, oder? Was war das Ziel von einem Bergwerk? Hurra, wir sitzen im Dunkeln. Nein, das ist nicht das Ziel. Sondern das Ziel von einem Bergwerk ist, ich weiß, da liegen Schätze ganz, ganz tief im Dunklen verborgen und ich finde sie nur dann, wenn ich mich auf die Suche danach mache. Wenn Gott mit dir durch dunkle Phasen geht, dann deshalb, weil es besondere Schätze gibt, die er dich heben lassen will. Wir wissen das, Gold finden wir in der Regel nicht wirklich auf dem Supermarkt, auf dem Grabbeltisch, sondern wir wissen, normalerweise muss man danach schürfen, muss man danach suchen. Die Leute, die irgendwelche Erze ausbuddeln, Leute, die nach Kohle suchen, die Diamanten suchen, in der Regel müssen sie rein in den Berg, ins Dunkle und dann beginnen sie wirklich mit Knochenarbeit, diese Schätze zu Tage zu fördern. Und Gott lehrt dich genau dasselbe und es ist hochspannend, wenn du darüber nachdenkst. Die meisten von euch kennen diesen christlichen Klassiker, die Pilgerreise, geschrieben von einem Mann, der hieß John Bunyan. Alle schon mal gelesen, die Pilgerreise, das gehört zum Inventar. Also solltest du das Buch nicht haben, neben dem Katechismus solltest du das Buch auch im Regal haben. Wie, du hast gar keinen Katechismus, ist auch nicht so schlimm, Gott liebt dich trotzdem. Aber hey, kauf dir gute Literatur, das kann dich voranbringen. Die Pilgerreise gehört zu so einem Standardwerk. Wo hat der Mann das geschrieben? Genau, im Gefängnis. Wenn du die neutestamentlichen Briefe liest, Philippabrief, das ist der absolute Brief der Freude, den Paulus schreibt. Wo schreibt er ihn? Im Gefängnis. Wenn du die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel liest, wo wurde es geschrieben? Genau, als Johannes auf Patmos auf dieser Gefängnisinsel sitzt. Wenn wir dieses Lied singen, alte Hymne, mir ist wohl in dem Herrn, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Die Entstehungsgeschichte geht doch so, dass der Mann kurz vor seiner Hochzeit erlebt, wie seine zukünftige Dame bei einem Schiffsunglück stirbt. Und als er die Nachricht bekommt, kniet sich dieser Mann hin und schreibt das Lied. Wann haben wir in der Regel die größten inneren Offenbarungen über die Kraft und die Möglichkeiten Gottes, wenn es durch die Tiefe geht? Und ganz offensichtlich steckt darin ein Geheimnis, dass die Menschen, die von Gott gebraucht werden, um anderen Menschen zu helfen, oft selber verwundete Heiler sind. Leute, die durch Zeiten gegangen sind, die die meisten von uns sich nicht wünschen würden. Und trotzdem, wenn wir lernen, durch diese dunkle Phase an der Hand Gottes durchzugehen, staunen wir, wie wir rauskommen mit einer völlig verwandelten, neuen Gottesoffenbarung in unserem Inneren. Und deshalb geht Gott mit dir manchmal auch mit den dunklen Wegen mit. Warum? Weil Gott eine Sache weiß, dass die Dunkelheit niemals für immer dauert. Sondern jeder weiß das. Nach der Dunkelheit kommt irgendwann das Licht. Nach der Nacht folgt irgendwann der Tag. Und wenn es irgendwen gibt, der selber Licht machen kann, dann der, der das Licht ist. Die erste Tat, die Gott machte, nachdem das Chaos auf der Erde war, heißt es, und Gott sprach, was? Mitten rein in die Dunkelheit und mitten rein ins Chaos. Es werde Licht. Hier liegt das Geheimnis, dass du niemals an irgendeinem dunklen Zustand zerbrechen musst, weil du einer Sache hundertprozentig sicher werden kannst. Ich diene dem Gott, der das Licht gesprochen und gemacht hat, aber derselbe von sich sagen kann, ich bin das Licht der Welt. Diesem Gott dienen wir. Und hier liegt der unglaubliche Schlüssel. Wenn wir aus diesem Bewusstsein heraus anfangen zu leben, dann begreifen wir plötzlich, warum der Psalmschreiber schreibt. Im Psalm 34, Vers 20, vielfältig ist das Unglück des, was würdet ihr denken? Des Gottlosen, genau, den trifft das Unglück. Ne, steht da gar nicht. Sondern dummerweise steht da, vielfältig ist das Unglück des Gerechten. Ha, hättest du nicht gedacht, stimmt's? Wir kriegen die heilige Kapsel drumrum, Käseglocke, einbalsamiert, ja, mit Glaserhandschuhen überall angefasst, dass wir ja keine Delle haben. Orangenhaut gibt es immer nur für die anderen, ja, bei den Christen ist es nicht. Ja, Halleluja, die Frauen werden begeistert. Das stimmt aber nicht. Du musst auch dagegen kämpfen, stimmt's? Unglück trifft auch die Gerechten. Aber was steht da weiter? Aber aus diesem allen errettet sie der Herr. Das ist der Punkt. Gott sorgt dafür, dass du wieder rauskommst. Im Psalm 30 steht, am Abend herrscht noch Wein, aber am Morgen bricht der Jubel auf, kommt die Freude zurück. Wir gehen durch das dunkle Tal, aber das ist nicht unsere Hauptbestimmung. Du musst keine schwarzen Tapeten an die Wand nageln, sondern du gehst durch das dunkle Tal. Warum? Damit du auf die Höhe kommst, rein in das Licht. Diese Phasen der Tiefe führen zu einer ganzen neuen Offenbarung, der Liebe und der Nähe Gottes. Und dann kommst du hoch auf die Höhe. Deswegen Psalm 107, Vers 24, das war für mich wie das, wie als wenn Gott mit einem Gongschlag in meinen Geist reinredet. Und ich glaube, für viele Leute, die sich gerade in so einer Grube bewegen, ist das das Wort des Heiligen Geistes lebendig gemacht für dich heute Morgen. Hör jetzt genau zu. Da steht im Psalm 107, Vers 24, das sind die, die die Taten und Wunder Gottes in der Tiefe sahen. Wo sollst du die Taten und Wunder Gottes sehen? In der Tiefe, in der Höhe kann sie jeder sehen, stimmt's? Ja, wenn du auf dem Halleluja-Berg gerade bist, in deiner Familie läuft alles klasse, deine Firma läuft klasse, die Knete rennt, deine Kinder tun, was sie sollen, sie sind die Besten in der Schule. Halleluja, das Haus ist klasse, der Hund hat gerade Nachwuchs gekriegt, alles ist super. Du freust dich, das Leben könnte nicht besser sein, stimmt's? Du bist auf dem Höhepunkt und alle Leute sind super, oder? Alle mögen dich, du wurdest gerade zum stellvertretenden Bürgermeister in Weikersheim vorgeschlagen. Was sollte es noch Größeres geben? Okay, Frau Merkel vielleicht, aber auf der Höhe, Leute, wenn alles klasse läuft, sei ehrlich, kann man da Halleluja sagen? Natürlich kann man Halleluja sagen, aber soll ich dir was Ehrliches sagen? Das könnte auch jeder. Wann beginnt die eigentliche Stärke unseres Charakters? Hey, wenn du in die Tiefe gehst und wenn du plötzlich merkst, Mann oh Mann, hier habe ich es nicht mehr selber in der Hand, groß und stark zu sein, sondern hier erlebe ich diesen Gott, der zu mir kommen will. Und hier erlebe ich diese Offenbarung, dass mitten in der Tiefe Gott einen Plan hat, wie ich wieder ans Licht kommen soll. Ihr Lieben, das ist der zweite Punkt für heute Morgen. Zu wissen, Gott geht mit mir durch das Sinkletal ist die erste Wahrheit, aber die zweite ist, bleibt nicht im dunklen Tal, sondern kommt wieder nach oben, stimmt's? Wir sind nämlich Menschen des Lichtes. Zwerge waren nur eine Erfindung der Geschichte. Du bist kein Zwerg. Der Berg und die Dunkelheit sind nicht dein Zuhause, sondern wir leben als Menschen des Lichts. Wie kommen wir wieder hoch? Wo ist der Fahrstuhl, der uns rausbringt aus der Grube rein ins Licht? Und ich bin in die Bibel rein und wir gucken uns wieder den Josef an. Wie kommt Josef raus aus der Grube? Und wenn du jetzt aufpasst, dann kannst du eine Riesenoffenbarung Gottes bekommen. Der Heilige Geist kann richtig brutzeln und brodeln auf dir, wenn du das verstanden hast. Ich habe diesen Text gelesen und während ich ihn lese, merke ich, der Heilige Geist redet zu meinem Geist und macht mir plötzlich ein Geheimnis sichtbar. Die Bibel ist nicht umsonst geschrieben und alles, was da drin steht, hat in der Regel eine offenbarende Bedeutung. Nur wir müssen die Offenbarung Gottes packen. Und während ich das lese, wie der Kerl in der Grube sitzt, im Dunkeln sitzt, in seiner Angst sitzt, in seiner Hoffnungslosigkeit sitzt, steht in der Bibel und Judah kommt und holt ihn aus der Grube. Und plötzlich macht es Knall in meinem Kopf. Wisst ihr, was Judah auf Deutsch bedeutet? Genau. Und mit Mal macht es richtig so peng, die Lichter gehen an. Was holt dich aus der Grube raus? Was holt dich aus deiner Dunkelheit raus? Was holt dich aus deiner Depression und aus deiner Angst raus? Lobpreis holt dich raus. Lobpreis ist der von Gott gegebene Fahrstuhl, der dich rausholt. Und ich habe mich gefragt, Gott, das klingt irgendwie nicht so richtig, wie wir es mögen. Weil ehrlicherweise, wenn du gerade im Loch sitzt, wonach fühlst du dich am wenigsten? Stimmt's? Du fühlst dich nach Weinen und Klagen und Jammern und Zähne klappern und was auch immer und nach Bettdecke über dem Kopf und böse Welt, lass mich in Ruhe. Das sind alles die ganz normalen Geschichten. Wonach fühlst du dich im Normalfall nicht? Lass uns mal den Herrn preisen. Ja, von wegen. Meine Frage war, wie kommen wir dahin? Gott, wenn das tatsächlich die Antwort ist, wenn das tatsächlich der göttliche Fahrstuhl ist, wie kriegen wir das geregelt? Und ich bin reingegangen natürlich. Und ihr Lieben, es gibt einen hässlichen Lobpreis. Habt ihr das gewusst? Es gibt schönen Lobpreis, wenn alles schön ist und wir den Herrn preisen. Stimmt's? Es gibt aber auch hässlichen Lobpreis, wenn alles um dich herum hässlich ist. Hast du trotzdem noch den göttlichen Auftrag, den Herrn zu preisen? Ja oder nein? Ich fand eine Bibelstelle, die steht im Psalm 34, Vers 2. Da steht, sein Lob soll immer da im Mund meines Nachbarn sein. Halleluja. Schön, dass der wenigstens gut drauf ist. Nein, da steht er nicht, sondern da steht, sein Lob soll immer da in meinem Mund sein. Immer da heißt, wie oft? Was heißt immer? Mitten im Sturm? Stimmt's? Mitten im Tränental? Mitten in der Krebsdiagnose? Mitten im Scheidungskrieg? Mitten in der Finanzkatastrophe? Mitten im Mobbing? Ja, sein Lob soll immer da in meinem Mund sein. Denk drüber nach. Gott hat gesagt, es gibt einen göttlichen Fahrstuhl und der wird dich aus jedweder dunklen Situation, aus jedwem Loch, aus jeder Grube, was immer Dunkelheit in dir verursachen mag, es holt dich raus. Hochspannend. Alleine in den Psalmen, sagen die Statistiker, wird uns über 300 Mal gesagt, dass wir den Herrn loben sollen. Und immer, wenn du die Psalmen liest, stellst du was fest. Wenn diese Aufforderung zum Loben erscheint, musst du mal den Rest des Psalms lesen. Und wie sieht der Rest des Psalms in der Regel aus? Richtig bitter. Und nichtsdestotrotz begreifen diese Leute, der Fahrstuhl ist nicht weiter über die Situation analysieren und sich davon paralysieren lassen oder in Jammern und Klagen ausbrechen, sondern die Lösung Gottes besteht darin, zu begreifen, ich muss meinen Fokus, meinen Blickwinkel auf Gott ausrichten. Weder auf mich selber, noch auf meine Sündenbeladenheit, noch auf meine Schuldproblematik, noch auf meine Umstände, noch auf mein Gefühl, sondern die einzige Blickrichtung ist, ist, lass mich mal den Chef angucken. Lass mich mal die Lösung angucken. Lass uns den angucken, von dem alle Möglichkeiten kommen. Hier besteht die Lösung. Deswegen sagt der Psalm im 50. Kapitel Vers 23, wer Dank opfert, der preist mich und das ist der Weg, auf dem ich ihm mein Heil sehen lassen kann. Das Wort für Heil heißt auch Rettung oder Lösung. Dank opfern, das bedeutet, ich sitze in einer Situation, wo mir überhaupt nicht nach Danken zumute ist. Deswegen ist es ein Opfer. Ich opfer diesen Dank. Ich entscheide mich zu sagen, Gott, ich wende mich bewusst von meinem inneren Empfinden ab, von meiner Gefühlslage, von meinen Umständen, von den Menschen aus, denen ich irgendwie Kraft gezogen habe. Ich sage, von dir kommen meine Möglichkeiten, von dir kommt meine Hilfe, von dir kommt meine Rettung, von dir kommt meine Erneuerung, von dir kommt meine Wiederherstellung, von dir kommt meine Befreiung, von dir kommt meine Heilung. Halleluja. Und du fängst an, diesen Blickwinkel richtig zu setzen und der Fahrstuhl des Lobpreises holt dich aus der Grube. Das ist das göttliche Prinzip. Aber die Frage ist, was machst du? Du kannst sagen, mache ich nicht. Ja. Das Dumme ist, dass uns Ungehorsam noch nie besonders vorwärtsgebracht hat. Sondern Gott gibt uns das Wort als Handlungsanweisung und jetzt sind wir dran zu entscheiden, was tun wir. Und gestern hat der kleine Lenny Friedrichs in Rudersberg seinen sechsjährigen Geburtstag gefeiert. Als Lenny auf die Welt gekommen ist, hat man gemerkt, dass irgendwas an dem Kind nicht richtig ist. Eine Menge Herzprobleme und auch mit der Lunge, mit der Atmung war nicht viel in Ordnung. Und irgendwann haben sie festgestellt, dass er Leukämie hat. Und eine derartig aggressive Form von Leukämie, dass 70 Prozent der Kinder, die damit behaftet sind, sterben. Die Eltern haben von Gott keine Ahnung. Der kleine Lenny viel zu klein, um für sich selber irgendwas glauben oder beten zu können. Es gibt niemanden in der Verwandtschaft, der dem Jungen in irgendeiner Form geistlich-moralisch Unterstützung geben kann. Und als die Diagnose die Eltern trifft, brechen die Eltern zusammen unter der Last des Schmerzes, die da gerade auf sie zukommt. Weil Lenny ist der Erstgeborene. Die große Hoffnung der Familie. Die große Hoffnung der Mutter, dass das die Ehe zusammenhalten könnte. Und der Junge liegt im Sterben. Es gibt in diesem Krankenhaus eine Kinderkrankenschwester. Und diese Kinderkrankenschwester gehört zu einer Gemeinde, die daran glauben, dass Gott heute noch Gott ist. Und dass Gott heute noch Wunder tut. Und dieses junge Mädel fängt an, jeden Tag auf die Station zu gehen und den kleinen Lenny zu segnen. Und als der nach einigen Monaten in der Krise ist und man denkt, jetzt stirbt er, mobilisiert sie alle möglichen Leute, die sie kennt, um für dieses Kind zu beten. Eine Krise nach der anderen kommt auf dieses Kind zu und jedes Mal sagen die Ärzte, jetzt ist fertig. Und jedes Mal setzt sie mit Gebet und Lobpreis dagegen. Mit vier Jahren ist er endgültig durch. Die Diagnose, keine Leukämie mehr. Der Junge ist total komplett gesund. Seine Herz, seine Lunge komplett gesund. Jetzt ist er sechs Jahre, freut sich des Lebens, geht in die Schule und alles ist okay. Diese Dame hat über zweieinhalb Jahre für dieses Kind gekämpft, obwohl sie das Kind gar nicht ihr eigenes ist. Gestern ging sie zum Geburtstag des Kindes und rief und erzählte uns davon. Und ich dachte, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst über deinen Zustand als solches jammern und damit am Ende den Umständen die Herrschaft geben oder du lernst dich auf Gott zu orientieren, unabhängig von deinem gerade momentan Gefühlslage, weil die wird sich sowieso ewig ändern. Leute, im Himmel, interessanterweise gibt es weder Tränen noch Leid, sondern was wird im Himmel nur noch geübt? Genau, Lobpreis bleibt dir. So ist gut, wenn du das hier schon mal übst. Lobpreis hat den göttlichen Charakter. Jammern und Heulen und Klagen hat keinen göttlichen Charakter. Das ist einfach nur eine menschliche Ventilfunktion. Aber Lobpreis ist die göttliche Funktion, die uns aus jeder Situation wieder rausbringt, weil sie die Perspektive Gottes anfixiert und sich von Gott her die Hilfe holt. Ich will das belegen. Es gibt einen Mann in der Bibel, der für Leid und Elend steht wie sonst niemand und sein Name ist Hiob. Hiob erlebt eines Tages, wie alle seine Sicherheiten zusammenbrechen. Haus, Hof, Besitz, Kinder, alles was er hat. Und die Bibel ist eindeutig. Sie beschreibt diesen Zustand im ersten Kapitel und sagt im zwanzigsten Vers folgendes. Als er diese Nachricht hört, trifft der Mann eine folgenschwere Entscheidung für sein Leben. Was macht er nämlich? Die Bibel sagt, und er fiel auf sein Angesicht und betete Gott an. Das ist eine Entscheidung, die du auch treffen kannst. Dich zu fragen, glaube ich daran, dass Gott für meine Not eine Lösung hat oder nehme ich die Not als gegebenen Fakt hin und so war es halt. Und er entscheidet sich immer noch an die Möglichkeiten Gottes zu glauben und die Bibel gibt im letzten Kapitel uns die Lösung, indem sie aufzeigt, dass er doppelt wiederbekommt, was er verloren hat. Und die Frage ist, warum ist das so? Weil er eine Leiter zum Himmel gebaut hat und Lobpreis ist diese Leiter, ist dieser Aufzug zum Himmel. Der mitten hineingreift in die Möglichkeiten Gottes und sie runterholt. Wir finden dasselbe wieder. Im Joshua-Buch wird das Volk Gottes dazu ermutigt, neues Land einzunehmen. Und das Erste, was sie erleben, ist eine Riesenfestung, die Jericho heißt, mit unüberbrückbaren Riesenmauern und auch noch Riesentypen da drinnen. Und ihnen ist klar, menschlich keine Chance. Aber Gott hatte gesagt, ich will, dass du ein Land erlebst, wo du Milch und Honig hast, wo du Heilung erlebst, wo du Freisetzung erlebst, wo du meinen Segen holen kannst. Und alles, was ihnen signalisiert wird, ist, never, nie im Leben wird das funktionieren. So wie vielleicht in deinem Leben auch. Du hast einen Traum, du hast eine Berufung, du hast etwas in deinem Herzen, du spürst, Gott hat da was zu mir gesagt und eigentlich weiß ich, dass Gott viel mehr Gutes für mich hat, als ich gerade erlebe. Aber vor dir sind die Mauern riesig, was müssen sie machen? Die Bibel sagt, als sie anfangen mit Loben und den Jubelschrei ertönen lassen, brechen die Mauern nach innen ein. Wo liegt das Geheimnis? Wieder dasselbe, stimmt's? Sie müssen aus dieser Phase rauskommen, wo sie nur die Mauern ansehen, wo sie nur die Unmöglichkeiten angucken und sie müssen ihren Blick über die Mauern nach oben richten. Und in dem Augenblick, wo sie das fertigbringen, Gott anzugucken und seine Möglichkeiten in ihr Herz zu nehmen, sagt die Bibel immer, dieser Umkehrschluss, der funktioniert, womit unser Herz sich füllt, fließt unser Mund über. Und sie beten die Größe Gottes an und sie jubeln ihm zu und die Mauern fallen ein. Zweite Chronik, 20. Kapitel, ähnliche Szenerie. Der jüdische König Josaphat erlebt, wie sich drei Völker gegen ihn verschwören, um ihn und sein Land auszuradieren. Ethnische Säuberung, alles raus, alle zum Tode verurteilt. Und der Mann steht in dieser Herausforderung, dass ihm die Feinde signalisieren. Wir sind vielfaches mehr als du. Wir werden dich platt machen. Wir haben die besseren Kriegsgeräte. Du hast eigentlich keine Chance. Und im ersten Augenblick wird er überwältigt von dieser Übermacht und man merkt, wie Angst ihn packt, wie Not ihn packt, wie er am liebsten sich verkriechen würde. Und dann kommt diese Intervention, die Eingabe Gottes. Und als es zum eigentlichen Kampf kommt, macht der Mann eine Riesenentscheidung. Er pfeift seine bewaffneten Leute zurück, holt die Sänger und Lobpreiser und sagt, Jungs, ihr lauft in der ersten Reihe. Die Lobpreiser, die Sänger laufen dem Feind entgegen, laufen den Panzern entgegen. Was für ein verrücktes Bild. Die Bibel sagt folgendes, in 2. Chronik 20, Vers 21 und 22. Und zu der Zeit, wo das Volk Gottes mit Jubel und Lobpreis begann, schlug der Herr die Feinde. Diese Entscheidung war immer dieselbe. Sie hätten sich auf ihre Stärke verlassen können und wussten, damit haben wir eigentlich schon von vornherein verloren. Und sie überlegen sich, sollen wir es menschlich machen? Und die Antwort ist nein. Wo bringt mich denn mein Sorgen und mein Plagen und mein Nichtschlafen und mein Angsthaben, wo bringt mich das denn hin? Doch nicht zu einem Lebensstil der Freude. Doch nicht zu einem Lebensstil, der mich über die Hürden springen lässt. Sondern das macht mich immer kleiner und es macht mich immer kranker. Und Gott kommt nicht in dein Leben, um dich klein zu machen und auch nicht, um dich krank zu machen, sondern dass du lernst, mit seinen Möglichkeiten über die Mauer zu springen. Und diese Leute begreifen diese Wahrheit und sie fangen an, den Herrn zu preisen. Gegen alle Umstände, gegen alle sichtbar klugen, verstandesmäßig richtigen Entscheidungen. Und Gott bricht durch. Der König David, der ganz häufig dieses Beraubtwerden erlebt hat, beraubt werden durch den eigenen Schwiegervater Saul, beraubt werden durch die eigene Familie, durch Leute, die sich gegen ihn stellen, die ihn in seiner Berufung nicht fördern wollen, die ihn wegnehmen wollen, was er gerade noch festhalten kann. Dieser König David erlebt an sich selber, dass er den Level, den er halten will an Heiligkeit, dass er total, komplett versagt. Dass er am Ende im Ehebruch landet, dass die hohen geistlichen Ziele, die er sich gesteckt hat, dass er sich selber nicht halten kann, dass er Schuld auf sich lädt, dass Verdammnis ihn plagt. Und dann schreibt er Folgendes im Psalm 40, Vers 3. Gott hat mich herausgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm. Jetzt war meine Frage, wie hat er das gemacht? Lies einfach den Vers weiter. Denn in meinen Mund hast du ein neues Lied gelegt, ein Lobpreis auf meinen Gott. Wie kommt der Mann raus aus seiner Verdammnis? Wie kommt der Mann raus aus seiner Angst? Wie kommt er raus aus seinem Schuldempfinden, indem er eine Sache begreift? Gott, es liegt nicht an meiner Heiligkeit. Es liegt nicht an meiner Vollkommenheit, sondern das, was ich bin, bin ich aus der Gnade Gottes. Und als er das für sich verinnerlichen kann, kommt er wieder raus. Wir kennen dieses klassische Beispiel Paulus und Silas, Apostelgeschichte 16. Sie versuchen, das Evangelium auf europäischem Boden zu etablieren. Und an diesem Tag, sie setzen sogar eine Frau, die wirklich unter starken, dämonisch, wir würden sagen, zwanghaften Dingen leidet. Sie setzen diese Frau frei und als Endresultat bekommen sie furchtbar Prügel, werden in ein Gefängnis eingesperrt, in die Tiefste des Kerkers. furchtbar geprügelt, gematert für die richtige Sache. Und ehrlicherweise muss man dazu sagen, die Jungs haben auch eine Weile gebraucht, bis sie wussten, wie sie da wieder rauskommen. Denn die saßen im Kerker und da saßen sie viele, viele Stunden. Und als es Mitternacht ist, als die Dunkelheit ihren Höchststand erreicht hat, da realisieren die beiden plötzlich, Paulus und Silas, hey, es gibt eigentlich einen göttlichen Fahrstuhl, stimmt's? Wir müssen hier nicht bleiben. Wir müssen auch nicht hier in diesem Elend bleiben. Und es hilft auch nicht, wenn wir die Dunkelheit verfluchen oder was immer wir tun können, sondern was wir machen müssen ist, wir müssen die Perspektive nach oben öffnen. Und sie beginnen zu loben und zu preisen. Und die Bibel sagt, während sie das tun, Vers 25, öffnen sich die Fesseln, die Türen fliegen auseinander und Gott gibt Befreiung. Das Geheimnis ist immer dasselbe. Es gibt einen Mann in der Bibel, ein super Prophet. Wir würden sagen, irgend so ein Special Pastor von der Mega Church. Einer, der wirklich Gott hören kann. Und er bekommt von Gott einen Riesenauftrag. Aber der Auftrag passt ihm nicht. Und er sagt, Gott, geh hin, wo du willst, aber ohne mich. Ich will nicht. Kennst du so Leute? Gott redet zu dir und sagt, hör mal, ich würde mir wünschen, dass du anfängst, im Seniorenteam mitzuarbeiten, bei den Rangers mitzuarbeiten, bei irgendwas. Oh nee, Gott, ich will nicht. Kannst du machen, das ist gar kein Stress. Aber wundere dich nicht. Ungehorsam zieht immer Beraubung des Teufels hinter sich her. Immer dasselbe Spiel. Mit Mal befindet er sich in dem Bauch eines Fisches. Und du kannst dir mal versuchen, so die Magensäure und Magensäfte und Magenschleim heute bildhaft vorzustellen. Dann kannst du dir vorstellen, was der Kerl gerade durchmacht. Das erste menschliche U-Boot. Cool. Ich glaube, er fand das nicht cool. Das, was wir lesen, klingt nicht so. Ich glaube, wenn du irgendwo Enge und Zwänge hast und Platzangst, also da stelle ich sie mir angebracht vor. Was macht der Bursche? Er weiß, eigentlich bin ich an der Situation selber schuld. Ich habe gesagt, Gott, ich will nicht. Ich mache mein Ding. Und das Endresultat mit den Konsequenzen erlebt er gerade. Jetzt sitzt er da, tief in diesem Loch, in dieser Dunkelheit, in dieser Finsternis. Und ehrlicherweise, die Chance auf natürliche Befreiung ist gleich null. Und jetzt kommt der Text, der mich berührt, zweites Kapitel, zehnder und elfter Vers. Und hör zu, ich mache keine Pause dazwischen. Ich lese den Text genauso, wie er da steht. Ich aber will dir Opfer darbringen mit der Stimme meines Lobes. Und der Herr befahl den Fisch und er spie Jona auf das trockene Land. Siehst du den Zusammenhang? Was macht der Mann? Er fängt an, Gott zu loben. Er legt sich fest und sagt, Gott, vergib mir. Falsche Richtung. Er beginnt, Gott zu loben. Er fängt an, die Möglichkeiten Gottes wieder in Betracht zu ziehen und Gott die Ehre zu geben. Und postwendend fliegt der Kerl aus dem Fisch wieder raus. Also wer will auch schon so einen elenden Propheten in sich haben? Ja, das ist ja von dem Fisch auch völlig verständlich. Manchmal erlebst du ätzende Zustände im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Also der sah bestimmt spannend aus, als der da rauskam aus dem Fisch. Dass die in Nineveh postwendend alle Buße getan haben, verstehe ich. Ja, versuch dir mal einen Typ vorzustellen, der da vorne steht, ja, durch die Säure gelb und grün im Gesicht geätzt, ohne Haare, ohne alles, mit einem Geruch, den du kilometerweit vor dir schon riechen kannst, ja. Und der sagt, Jungs, das Ende ist nahe. Das glaubst du sofort. Also der Herr wusste schon, warum er genau diese Verbindung schaffen musste, damit das auch ein bisschen Wirkung hat. Da siehst du, Gott ist auch ein Showman, ja. Der wusste, wie man die Sache in Szene setzen muss, dass das ordentlich funktioniert. Weil Gott liebt diese Leute in Nineveh und er möchte so gerne, dass sie, dass sie seine, seine Liebe und seine Rettung begreifen. Und er wusste, das muss man irgendwie ordentlich inszenieren, dass sie das auch glauben. Als der Lobpreis kommt, wird der Fahrstuhl in Bewegung gesetzt. Es gibt noch einen Mann, der gefällt mir, der heißt Habakuk. Zugegeben, mit so einem Namen brauchst du keine Feinde, ja. Also wenn du Mutter bist und du bist gerade schwanger und du versuchst, dir einen Namen auszudenken, ja. Also nimm den nicht. Tu das deinem Kind nicht an, ja. Der ist geplättet und schon ein Opfer, bevor er jemals zum Leben gekommen ist. Habakuk erlebt folgende Szene. Das Land ist besetzt von Feinden. Das politische System ist so korrupt, wie noch nie es korrupt war. Die Steuern fressen dich auf. Das Land wird ausgepresst, wo es immer geht. Und der geistliche Zustand des Volkes Gottes ist auf dem absoluten Tiefstand. Und jetzt musst du lesen, wie es ihm dabei ergeht. Habakuk 3 ab dem 17. bis zum 19. Vers. Und auch das lese ich ohne Unterbrechung. Genau in diesem Zusammenhang steht es da. Da schreibt er, zwar blüht der Feigenbaum nicht mehr, der Weinstock bringt auch keinen Ertrag, der Ölbaum hat keine Oliven, die Kornfelder keine Frucht, aus dem Fäch sind die Schafe verschwunden und keins meiner Rinder steht mehr im Stall. Versuchst du dir gerade vorzustellen, was für eine gute Perspektive der Mann hat für die Zukunft? Auf Deutsch? Der Euro ist zusammengebrochen, meine Rente haben sie verjubelt, mein Haus haben sie mir gerade enteignet und zu essen. Die letzten Konserven sind auch schon verdorben. Wenn das deine gegenwärtige Perspektive und deine kommende Zukunft ist, was würdest du sagen? Genau. Hör mal, was der sagt. Dennoch will ich jubeln über den Herrn, will mich freuen über den Gott meines Heils, denn der Herr ist meine Kraft. Wow. Verstehst du, was der verstanden hat? Meine menschliche Sorgenperspektive ändert an Gottes Größe überhaupt nichts, sondern im Gegenteil, indem ich bleibe, in meiner Angst, in meiner Sorge, in meinem Schmerz, in meinem Inneren runtergezogen sein, in meiner Verbitterung über die Umstände oder mich selber, komme ich nicht raus, sondern die einzige Perspektive, die mich rausbringt, ist, ich muss Gott angucken. Und Lobpreis schafft den Fahrstuhl nach oben. Larry und Carol Taylor, zwei Missionare von Jugend mit einer Mission, schaffen seit Jahren auf einer Insel, die heißt Nauru. Die ist im Pazifik, bisschen über Indonesien. Nauru ist in den 70er, 80er Jahren in die Schlagzeilen gekommen, weil es die reichste Insel der Welt war. Man hat da Phosphor-Vorkommen gefunden. Die reichsten überhaupt in der Welt. Und man hat das zu Tage gefördert und die Regierung explodierte vor lauter Reichtum. Nur dummerweise haben die diesen Reichtum nicht wirklich sinnig eingewandt, sondern haben alles Mögliche gemacht. Und als in der Mitte der 90er die Phosphor-Vorkommen dem Bach runterliefen und nichts mehr übrig war und nichts mehr geschürft werden konnte, brauchte es noch genau vier Jahre und die Staatsregierung in Nauru war pleite. Unglaublich. Und die Leute haben nicht gewusst, was sie essen sollen, weil man hatte sich auf einen derartigen Notfall nicht eingerichtet und Notfallpläne gab es auch nicht. Man lebte in der Illusion. Es läuft immer fröhlich so weiter. Und die Christen in den Gemeinden, so schreibt dieser Missionar, sie machten das einzig Richtige. Sie sammelten sich in ihren Kirchen und sagten, Gott, wir tun Buße darüber, dass wir dachten, unsere Regierung ist unser Versorger. Aber das stimmt nicht. Die Illusion, haben wir gerade erlebt, ist hinter uns. Gott, du bist unser Versorger. Und sie haben mehrere Wochen hintereinander eine Fastenzeit ausgerufen und dann haben sie eine Jubelzeit ausgerufen. Das fand ich so spannend, deswegen hat mich dieser Artikel so interessiert. Sie haben eine Jubelfase ausgerufen. Und jetzt kommt's. Gesunde Fische begannen ohne ersichtlichen Grund von selbst an den Strand zu springen. Monatelang strandeten jeden Tag lebendige, gesunde Fische und überwandten die inselumgebenden Riffe und beförderten sich selber aus der Tiefe des Meeres an Land. Wissenschaftler aus Australien und Amerika konnten keine Erklärung für das Phänomen finden. Die Gemeinden jedoch sahen das als Erhörung ihrer Gebete an. Die Fische kamen so lange, bis die Regierung imstande war, für die Versorgung der Menschen selber aufzukommen. Und ich dachte, Gott, es ist für mich jedes Mal erstaunlich, dass du nicht an unsere Möglichkeiten gebunden bist. Aber Leute, wann beginnt Gott diese Fülle seiner Kraft freizusetzen? Wenn wir aufhören, auf uns selber zu gucken, wenn wir aufhören, auf unser Gefühl zu gucken, wenn wir aufhören, auf unsere Umstände zu gucken, sondern wenn wir beginnen, auf den zu gucken, der die eigentliche Lösung hat und das ist unser Herr. Du kannst mit dir lange rumdoktern, von einer Geschichte zur nächsten, von einem Fachmann zum anderen. Die Lösung bringt weder ein Mensch noch bringst du sie selber, sondern sie kommt, indem du den anschaust, der die Lösung ist, nämlich der Herr selber. Ich schließe mit den Worten von Pastor Schönemann. Er hat in einem seiner Bücher folgenden Text geschrieben. Du schwermütiges Kind Gottes, beschäftige dich nicht so viel mit deiner Vergangenheit. Schau nicht so viel auf die Menschen, auf die Schwierigkeiten deiner Lage und auf all die Not deines Lebens. Mit Paulus darfst du bekennen, ich vergesse, was da hinten ist. Der Blick nach oben erquickt das Herz. Fange an, Gott zu loben und ihm zu vertrauen. Deine Schwermuts- und Trauergeister werden weichen müssen, weil Jesus dein Freudenmeister kommt. Durch die Kraft des Blutes Jesu kannst du ganz frei sein. Und auch du, krankes Menschenkind, beschäftige dich nicht so viel mit deiner Not und mit deinen Schmerzen. Schau nicht auf die Symptome deiner Krankheit. Fange an, den Herrn zu preisen für die Wahrheit seines Wortes, dass du in den Wunden Jesu Heilung empfangen hast. Nimm im Glauben, was Gott für dich bereitet hat. Du sollst die Herrlichkeit Gottes sehen, die Not deiner Krankheit, alle Schwermut und die Last, die dich bedrückt. Sie können sich ändern durch Loben und preisen. Halleluja. Der Schlüssel ist nicht der Blick auf dich selber. Der Schlüssel ist nicht der Blick auf die anderen. Der Schlüssel zur Lösung ist immer der Blick auf Jesus selber. Und es ist super, wenn du heute schönen Lobpreis machen kannst, weil alles klasse ist. Aber ich glaube, dass Gott dich heute Morgen lehren will, selbst hässlichen Lobpreis findet der Herr großartig. Selbst Lobpreis, der aus Tränen geboren ist, bringt den Durchbruch. Weil dein Lobpreis richtet sich an den, der das Wunder vollbringen will. Und deshalb wollen wir diesen Gottesdienst ganz bewusst jetzt in eine Phase des Lobpreises hineinführen. Und während du das machst, nimmst du in diesem Lobpreis deine Herzenszustände mit, deine Situation mit. Und du bringst sie und gibst sie an diesen Herrn ab. Das ist der Schlüssel. Und wir werden eine Zeit nehmen, wo wir auch bewusst darauf achten wollen, dass Gott zu uns reden kann. Und wenn du spürst, Gott redet zu dir und du willst das durch ein Gebet bekräftigen und freisetzen, dann lade ich dich ein, dass du dann nach vorne kommst und sagst, ich brauche so ein Gebet. Ich will das vor Gott festmachen, dass er mein Erretter ist, mein Erlöser, mein Heiler, mein Heiland. Was immer du nötig hast, Jesus ist das schon. Und wir nehmen das und ergreifen das im Lobpreis.